Ich sag Ihnen aber erstmal, wer der junge Mann hier neben mir ist. Er heißt Yundi und ist ein Riesenstar, nicht nur in China, aber vor allen Dingen natürlich in seinem Heimatland. Wir haben ein paar Bilder, die das nochmal eindrücklich unter Beweis stellen. Er führt wirklich komplette Konzerthallen, ist wirklich ein Popstar, gefeiert und seine Bühnenoutfits, wir haben es gerade schon ein bisschen gesehen, sind bei Weibem nicht nur schwarz-weiß gehalten, sondern strahlend wie seine Musik. Welcome. It's a great pleasure to have you. Good morning. Good morning. So why do you look so smart today? Where is the fancy clothes? Nice weather and so glad to come to here and to this wonderful TV show. Ich hab ihn gefragt, warum er heute doch relativ, also er sieht natürlich super aus, sehr smart gekleidet, aber wo die wilden, bunten Sachen an Kleidungsstücke sind, dann sagt er, für heute hat er sich einfach mal ein bisschen in Schale geworfen. Das Wetter ist schön, er freut sich in Berlin zu sein. In China, classic music is very popular. How does it come? Warum ist klassische Musik in China so beliebt? A lot of young people like music, especially classical music. and piano is so popular, things like 15 million people, children study piano. Really? 15? Yeah, 50. Five zero? Yes. 50 Millionen studieren klassische Musik. Wow, piano. So when did you start? Wann haben Sie begonnen, das piano zu spielen? Seven. But that is, mit sieben, that is quite late. A little late, but it's fine. Ja, er sagt, es ist ein bisschen später, aber es ist immer noch okay, und das ist okay, es sieht man nicht nur daran, wie viele Platten er verkauft, sondern er hat auch 15 Millionen Follower und reist wirklich durch die ganze Welt. Is it always something special for you to come to Berlin? Yes, I just had a concert before yesterday in the Fehermone. Beautiful hall. Yesterday? Before yesterday. Oh yeah, okay, two days ago. And was it good? Very good, very nice hall, and hope to come more often. So er hat vor zwei Tagen in der Philharmonie gespielt, und es war, das Arroba man schon unterhalt, natürlich ausverkauftes Haus, und er turnt noch ein bisschen weiter. Are you playing just classical pieces, or are you also crazy and trying to do some other stuff? Spielt er nur die klassischen Stücke, wie Beethoven zum Beispiel, oder ist er auch verrückt und macht mal was anderes? Basically, of course, I play classical music, and sometimes when I do the rest, I can listen also pop music sometimes. Will you play or you just listen to it? Lessons, but sometimes I make some jokes with my friends. Okay, also normalerweise spielt er hauptsächlich klassische Musik ab, und so hört er Popmusik, oder macht... Und wir hören jetzt Schumann, Fantasy. Thank you so much. Yundi, have a great time with us. Und thank you, also vielen Dank Ihnen, und wir wünschen Ihnen ein schönes Osterwochenende. Ab Dienstag sind die Kollegen der ARD wieder da. Frohe Ostern, danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Applaus Tschüss. 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 Amen. Amen. Amen.